In Berlin, gewachsen aus der Kraft einer großen Bewegung, vielfältig in der Lebensrealität seiner Charaktere, stets stolz auf seine Wurzeln, doch auch mit dem Mut, neue Felder zu betreten, entwickelt sich eine Gemeinschaft ungeahnter Größe. Wir folgen unserem Anspruch, als Verein für Berlin die Zukunft zu gestalten und zu prägen. E-Sport mit Zweck und Haltung zu betreiben, auf und neben dem Platz.